bewegt loslaufen alle laufen los gibt eine linie diese wieder wachtung lücken lassen die schießen jetzt hier vorwärts marsch ohne halt nachladen kommt schon nach links in die hoch meine position links von mir vorrücken ausführen gestaffelt von rechts heute steht soll von rechts feuer übernehme kat marsch linie links von mir nachladen ja ich will normalen soldaten aus oder das ist sowieso die letzte ohne danach gehen wir auf einer server linie links von mir bilden anderen server freies feuer ja dann testen wir dann an uns game out kat marsch bleibt doch stehen du hast die bessere deckung links von mir bei der position kannst du stehen bleiben weil die können nur unsere köpfe sehen also die müssen schon präzise ziehen deswegen würde ich stehen bleiben und nachladen und schließen die ganze zeit also würde ich dir empfehlen ich hoffe eigentlich weil eben haben sie auch wieder eine auch eine salve so rauskauen dass jetzt wieder eine verstehen jetzt in der doppellinie die stehen jetzt in der versetzten doppellinie macht stiehlt auf die rechte linke schulter ihr trefft einen von beiden mindestens auf meine position vorrücken marsch eigentlich aber nicht komplett sobald es steht freies feuer nehmt euch zeit beim anlegen aufrücken aufrücken komm schleute lasst du jetzt nicht erschießen ja wir haben sechs und die haben noch neun abbrechen legt an meine position vorrücken weg dann links von mir ausrichten freies feuer schießt auf die die stehen gehrt sonst den hügelvorteil unter lasst euch eben kreisen geht da sicher rein und sterb nicht wenn wir achtung in der mitte felix felix noch hinter dir schwert felix da kommt noch einer berg hoch warte links von dir schwert felix ich hab zwei mann gg bisher die schwertkämpfer hatten die bitte der porc war echt pech ich habe zwei mann gg alle mann gg so jetzt sind jetzt geht es auf den 5kgl test server das gleiche passwort vorhin habe ich gedacht das ist genau der einzige den netzmann favoriten hinzufügen muss und jetzt sind wir da mike wieso lässt du in salve schießen warum nicht das ist nachteilhaft bei eins gegen eins bei freiem feuer können die leute zählen ab und sie wollen bei salve werden sie in eine formation gezwungen wenn ich das mache wenn ich freies feuer fehler schießen sie sonst würden aber nicht dahin wo sie sollen ja aber anders da können sie vielleicht nicht dahin schießen wo es besser wäre weil sie quasi in die formation gezogen werden freies feuer ist ein 1 1 1 zusammen einzelner salve der meist genutzt und eigentlich einzige feuer befehl es war schon immer so mike musketiert jay meldet sich für eine stunde halbe stunde ab so leute jetzt ruhe glück kurz sonst wird gleich erklärt was hier gemacht wird guten abend dian erst mal schon mal danke für das gute training und das mine battle anschluss wir würden jetzt gerne unseren skript server testen das ganze ist ein auf counter strike gescriptete server wie man an der netz wahrscheinlich schon unschwer erkennen kann es gibt terroristen gegen counter terroristen team 1 ist die sind die counter terroristen in dem fall uk kreusen in dem fall terroristen mit bombe und so weiter ihr diejenigen die counter strike kennen werden wahrscheinlich diese beiden bomb sites kennen a und b ihr habt ihr spawnt mit einer axt es gibt eine server message spieler xy spawnt with the bomb und ihr seht dann diese großen kreuze bei a und b wenn ihr das mit dieser axt hittet spawnt ihr die bombe dort die bombe läuft dann 50 sekunden bis sie explodiert und muss vom gegnerischen team entschärft werden ansonsten gewinnt ihr beziehungsweise wenn man halt das gegnerische team auslöscht außer die terroristen schaffen es die bombe vorher zu legen bist du bei uns im ts gerade? ja ist er andere sache können wir nächstes mal das training auf dem server machen wo es nicht so sehr laggt ja das war leider durch die umstellung unserer infrastruktur bedingt diesmal aber ja gerne wir können auch gerne mal auf euren server testen ja ich wollte kurz sagen können wir bei uns mal testen ähm gut irgendwelche fragen bezüglich dessen wir würden dann die teams einfach random machen wenn das für euch ok ist und da es eigentlich nur ein testlauf für die skript hier sein sollte ja man kann sich über einen teamchat verständigen was wir machen wir als team ja also ihr könnt dann auch gern UK oder Preußen gehen je nachdem ob ihr Terroristen oder Counter Terroristen spielen wollt wir spielen Terroristen gut ok oh tschuldigung wenn ihr sonst keine Fragen habt würde ich resetten und wie gesagt einer spawnt mit dieser kleinen Handachst wenn er diese Bombside hittet damit dann spawnt er die Bombe ein Timer von 50 Sekunden läuft und sollte die Bombe explodieren äh gewinnen die Terroristen also musst du eine Axt hier drauf hauen oder was auf das Kreuz ja du ein ihr bekommt eine Server Message Spieler XY einer aus eurem Team spawnt mit einer Bombe und der muss dann diese Dinger hier hitten mit der Axt und dann spawnt eine Bombe und du hast sie natürlich nicht gemerkt weil der Inventar voll ist ja dann droppt sie auf den Boden vor euch das wird aber auch in der Message gezeigt ja weil dabei meinst du dann testet die Bombe ja also die wird dann gedroppt im Zweifel wenn das Inventar voll ist gut gut nicht tun und dann schauen wir einfach mal cool dann tun wir das doch Mike lag auf dem Ips da wär die Bombe und wer hat sie? Antisigma Antisigma und Rush B müssen wir an jemanden übergehen? Rush B B ok B müssen wir in Linie laufen oder sowas? nö müssen wir die AAP-Skills raus ey irgendwie so n Schrei ablassen durch oder sowas Achtung Tunnel ach ist ja klar ach die AAP-Skills kommt wieder raus kriegen wir ja ein freies Feuer darf man sich Wollt man bleibt hinten bitte freies Feuer chargen ich kann machen was ihr wollt aber versucht mehr zusammenzuarbeiten oh Gott treffen wir ja könnt ihr ne also stehen im Tunnel 6-7 Mann Colin, Skipper mitkommen wir gehen über Cutters und um rechts jam die ach Skipper, Colin, komm mit die ganzen Leute jetzt die T-Score gespielt haben kennen alles also Cutters von Schwarz oder von Mitte Alang raus von Mitte von Mitte über Cutters rechts von euch rechts von euch wir sehen ob wir da von hinten kommen können wir kommen hier reden sie miteinander ne hier reden sie miteinander aber zum Charge passiert gar nichts es ist sehr sehr eigenartig ja Alter wie oft muss ich euch noch callen dass sie es hinter euch waren hinter uns? ich hab ja mal gecallt diesen Alang raus Suicide runter hinter euch was ist das? also in Cutters steht nur noch einer T-Spawn dann Suicide man hört in Cutters steht nur noch einer dann rücken vor hopp holt euch den rush den der hat keinen Schuss der ist hinter der Wand geh mit dem unten Schlag rein und B ist frei komm B ist frei hopp schnell auf B komm die Treppe hoch da kommen zwei die Treppe hoch Achtung Achtung okay ich geh mal zu einer kommt von T-Spawn Schnell zu B anti Sekunden Leute T-Spawn kommt ich neulich mehr wir legen mit der OEP jetzt schnell los zu B Achtung da könnten noch welche sein Vorsicht nein B ist frei verdammt B ist frei B ist frei bitte komm Leute alle zu B die Bombe wird geplantet ja Leute geht auf B Leute geht auf B Leute geht auf B doch da ist die Bombe nice 60 Sekunden komm geht zu B Leute geht zu B und verteidigt die Bombe finde ich der tolle Weg ja pass auf Windau auch wenn ihr sie entschärfen wollt müsst ihr da drauf euch niederknien dann wird sie entschärfen hinschlecht Hint euch Hint euch Hint euch Achtung an der sich mal hinten hinterher kommt jetzt einer Oh ja Und vor mir auch Go get him Der ist Windau Na Ja das ist ein Bugg die Bombe muss trotzdem entschärft werden sonst gewinnen ihr Ja brüten sie ein Ei aus Pfff Kacken die gerade oder was machen wir Ne die brüten ein Ei aus Achso Das ist ja kein Bugg das muss ja so sein Was die kacken? Ja sie ist gorn Der ist unter die Map geflogen. Das ist ein cooler Modus. Lass die Leute runter und dann Short. Okay. Ich denk mal, gehen wir jetzt wieder zurück. Nee, nicht da durch die Mitte, hier rechts Short. Killer Felix, hol mal die Arme Peer aus der Mitte raus. Und da kommt's ihm. Wir sind immer da. Short, Männer ist alle Short. Ich bin tot. Alter, die treffen echt gut. Leute, die haben mich gerade beide getroffen, ja? Und ihr schießt alle drauf, wenn keiner hätte. Boah, das wäre witzig. Ich darf noch Kaff nehmen. Ich bin Stairs. Ars-Bot steht einer. Kaff könnt ihr nicht nehmen, aber ihr könnt gerne Schmade nehmen, die ihr wollt. Headshot-Box ist einer. Zwei. Wo ist meine Muskele hin? Ich hab die gerade aufgenommen. Hier ist keiner. Da ist einer im Gewicht. Zwei Stück sind Ars-Bot. Achtung, hinter euch zwei. Einer noch. Das könnte man doch eigentlich mal zu so einem Funnyman am Donnerstag oder Dienstag machen, oder? Ah, danke. Los, halt auf, Ars-Bot. Los, A. Das ist Ars-Bot. Ars-Bot ist rechts. Ich hab kein Schwert. So geil. Lass mal nach. Alter, wie die treffen. Oh, die. Die cheaten doch. Leute, pass auf Alarm mal. Wall-Hack, die haben Wall-Hack. Das ist Bumbe. Wo ist auch wer wird sparen? Der hackt doch. Das sind auch zwei gegen Haulechti. Ich hab keine Muskele, ich hab kein Schwert, gar nix. Kann ich helfen? Ich hab noch einen Schuss. Leute, das ist ein Smurf, den könnt ihr packen. Der kann nix. Wir ballen ihn einfach ab. Jetzt einfach halten. Nice. Achtung, warte. Lang ist frei. Wo ist der? Unten bei CT. Der ist jetzt bei Cross. Ist das schlimm, ey. Ich mein, ich mein, dass wir dann so, auch so... Das ist McIntyre, los, schieß die tot! So zwei Teams auf so ner Karte einfach mal gegeneinander antreten. Sehr schön. Ja. Bombe explodiert. Die Bombe ist explodiert. Ich würd das...